hallo und willkommen zurück auf der tour teil 4 mein name ist fox mit dabei ist auch unser mega hallo ja wenn wir wohl auch in dunkeln ja das gehört alles mit dazu zu der tour hast du noch fleisch ist da was drin im diamant dahinten so ich habe ein bisschen fleisch gut dann nehme ich das alles raus wir löschen das feuer und wir versuchen damit auch die tour jetzt mal langsam zu wenden ja dann kommt mal runter hier weil ich habe ich bin ja ich habe auch ein bisschen was da vorne ist schon kaffee kochen wo wir ein video machen strand ja kaffee wäre ganz gut guck mal wir sind ja schon bald zu hause wir sind sogar schon fast zu hause hier das war eine einfache tour Müssen sie ja links halten, oder nicht? Ja, alles gut. Ich glaube, wir müssen jetzt eventuell hier runter zum Strand. Man sieht einfach nicht besonders viel. Das macht doch schon Licht. Hier vorne geht es berg rauf. Haben wir einen Berg? Ja, da hinten dürfte vermutlich unser Zuhause sein, wenn wir das Glück haben. Wenn ich das so weit auch sehen tue. Nichts immer, jetzt werde ich mal eine Tour zum Vulkan machen. Oh, was ist los? Krokodil. Lauf, Mann! Ach du Scheiße! Krokodok! Hey, Krokodok! Hast du ihn? Hast du Fragen, oder was? Hä? Was ist Kerl? Nicht mit mir, Mann! Wo kommt der denn her? So, mehr hat er nicht. Gut, hack ihn ab. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Kreatin. Ne, da gibt es gar nichts an Kreatin. Ne, da gibt es gar nichts an Kreatin. Der hat kein Kreatin. So. Der hat mich erschrocken, ey. Ich muss das nachladen. 16 Schussverbrauch. Oh ne. Wow. Hat der noch Schuss. Ich hab noch keine 13 Schussverbrauch. Ja, Mutition. Diese Mutition ist ja Gott sei Dank nicht ganz so teuer. Ne. Ich hab mir aber echt erschrocken, ey. Ich hab, ich krieg eine, eine geplättet. So, dann dreh ich mich um und guck mich da so ein Dino an, ey. So ein, ne. So ein Krokodid an. Moist du deine Fackel bitte abmachen? Dankeschön. Nochmal überlebe ich das nicht, Pidi. Das war richtig hart. Der nimmt ja was weg, du. Ich seh hier noch Bäume. Guck mal. Das ist ein Stres, du. Bisher geht sie ganz friedlich. Ole. dazwischen... Oh, aha. Ich komm hier nicht mehr durch. Sollen wir ein Steinchen abhacken hier. Uiuiui. Ich seh gar nichts. Alles dunkel. Kleiner Schlag, sieht man nur. Oh, endlich kaputt. Nicht schon wieder. Ja, da können wir auch hier rüber. Ne, oh, schon wieder einen Stein kaputt hauen. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich dachte, wir wären auf dem Weg nach Hause. Sehr gut. Sowas nennt man jetzt hier Minecraft, wo wir an sich hier Löcher bohren müssen. Um irgendwo durchzukommen. Ach, der da trampelt da hinten. Und ich merke schon, ich höre da ganz gleich jemand getrampelt. Hier laufe ich außen rum. Ich seh hier gar nix. Warte, schuldig. Alles dunkel, das sieht irgendwie geil aus. Nix vor mir. Ich seh nur ein bisschen Fußball und so. Wenn das sind T-Rex vor mir stünde ein Schettinwesen. Dann nehmen wir noch mit hier. Die nenn ich immer Schettinwesen, weil die ein bisschen Schettin mit sich geben. Wenn man die immer so schlecht treffen kann. Ich seh nix mehr. Bin ich jetzt Wasser oder was? Nichts passiert. Hallo? Der Manchut hier mitten ist weg. Wir rennen mal ein bisschen hier. Ich seh nix. Das ist so geil. Mitten auf dem Strand. Hier ist nix los. Wir bewegen uns bestimmt im Kreis. Wir werden auch nur im Kreis hier. Ne, weiß ich nicht. Jetzt ist wir wieder los. Hier nix mehr. Aua. Jetzt zieh ich gar nicht mehr. Hier wird... Ah. Du, Schrift. Aua. Du Aschler. Dann jetzt denn wieder noch einer. Oh, Mann. Ah. Hast du noch ne Ahnung, wo denkst du wir gehen? Ja, wir gehen noch weiter Richtung Rot da hinten. Siehst du das nicht? Ja, doch. Die roten Türmchen. Wenn nicht auf Richtung Rot. Wenn nicht auf Richtung Rot. Hier, richtig ist es da hinten. Ja. Ich sehe schon Big Mac. Das ist gut. Big Mac ist klasse. Nein, kein Hamburger. Das ist unser Big Mac. Wir sind zuhause. Wir haben es geschafft, Mann. Eine sehr interessante Tour. So. Dann kann ich ja nochmal erzählen, was ich auf die Tour gekriegt habe. Ja. 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 Ja, sieht lecker aus. Kann ich gar nicht ein bisschen Cremepaste herstellen. Einmal 100 Schettin. Ja. Einmal 13 Schettin. Ja. Und nochmal 100 Schettin. Oh, sehr gut. Ich habe gerade mal 75 Schettin. So einen Platz im Kühlschrank haben wir gar nicht. Oben ist noch ein Kühlschrank. Hier oben. Da können wir noch was einlagern eigentlich. Ich brauche ganz schön viel. Also ich brate jetzt gleich und das tue ich oben in den Dings rein. Jetzt das zeige ich wieder bei mir. Ja, okay. Fleischbraten ist glaube ich eine bessere Idee. So. Auf jeden Fall endlich zu Hause. Das waren ganze vier Teile unserer Tour. Hat mir verdammt Spaß gemacht. Und ja. Dabei sage ich erstmal. Auf Wiedersehen. Weil das war. Da sowas gibt's für Teen. Ja, finde ich auch. Da haben wir doch ein bisschen was zusammengekriegt. So. Tschüss und auf Wiedersehen. Sagt das Foxy's A Team. Vielleicht ist irgendwann nochmal Gray Fox wieder mit dabei. Denn es war doch echt cool. Und ja. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.